Die Länderspielpause ist vorbei, Hertha BSC ist zurück, wir sind zurück und der Immer-Härter-Podcast ist zurück. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir, Inga Bödling und meinem Kollegen Nelis Heidemann. Hallo Nelis. Hallo Inga, wie schön, dass wir wieder hier sind, oder? Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber ich hatte das Gefühl, diese Länderspielpause ging zwei Monate, oder? Das war doch, also gefühlt, wenn ich an das Spiel in Kaiserslautern zurückdenke, das fühlt sich an wie aus einer anderen Zeitrechnung irgendwie. Es fühlt sich wirklich lang an, ne? Es ist irgendwie viel passiert und ich weiß, also verrückt, ja. Aber ich hatte am Sonntag im Stadion auch das Gefühl, dass das letzte Heimspiel so ewig zurückliegt. Ja, irgendwie hat es sich gezogen, also diese Länderspielpause nach, was waren es jetzt, vier Spieltage, ist ja sowieso irgendwie eine Schnapsidee, aber das wurde ja auch schon hinlänglich diskutiert, glaube ich. Auch das ist richtig. Wir freuen uns, dass wir wieder da sind, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und uns zuhört oder zuschaut. Und ja, wir haben auch einiges, worüber sich heute zu sprechen lohnt. Und wir nehmen eine blau-weiße Bestandsaufnahme vor mit der Frage, was diese Niederlage gegen Düsseldorf nun eigentlich bedeutet. Wir gucken uns eine blau-weiße Baustelle in der Defensive an, von der man eigentlich dachte, dass man sie längst geschlossen hatte. Wir werfen einen Blick in die blau-weiße Zukunft mit den Anwärtern auf das Präsidentenamt, mit der Pokalauslosung und mit dem Spiel gegen Nürnberg am kommenden Wochenende und der Rückkehr des Christian F. an alte Wirkungsstätte. Ui, klingt ja fast wie so ein Krimi-Roman, oder? Hoffen wir, dass es kein Krimi wird, aber gucken wir mal. 0 zu 2 gegen Düsseldorf, Nelis. Das war nicht so, wie wir uns das alle vorgestellt haben, sagen wir es so. Aber es war der Tabellenführer. Ja, das gehört ja dazu, irgendwie. Es wirkt natürlich immer so, wenn man so 0 zu 2 verliert und auch irgendwie auf so eine relativ ernüchternde Art und Weise. Das ist natürlich irgendwie frustrierend erstmal, aber das hat Christian Fjell ja gestern in der Pressekonferenz auch immer ganz schnell betont. Und das muss man sich wirklich in den Hinterkopf nochmal rufen. Es war der Tabellenführer und man muss es richtig einordnen. Und so wie Düsseldorf gestern gespielt hat, glaube ich, kann man auch bedenkenlos sagen, dass das eine absolute Topmannschaft dieser zweiten Liga ist. Ja, wir haben sie, glaube ich, ein bisschen unter Wert verkauft in unserer Saisonprognose. Ja, ja, das könnte passieren. Also für mich stabilter Zweitligist momentan. Ja, 0 zu 1 durch David Kovnacki in der 13. Minute und das 0 zu 2 durch Jonah Nimitz in der 66. Minute. Und damit war das 0 zu 2 und die zweite Saison-Niederlage besiegelt. Und nichts war es mit dem dritten Sieg in Folge, mit dieser Serie, die es seit fünf Jahren nicht mehr gab. Aber gut, wie gesagt, wir haben gerade gesagt, es war gegen den Tabellenführer, es war gegen die stärkste Defensive der Liga. Und ich finde, man hat sehr gut gesehen am Sonntag, Nachmittag, warum diese Mannschaft bislang nur ein Gegentor kassiert hat. Ja, vor allem wegen einem starken Torhüter am Sonntag. Also es ist ja nicht so, dass Hertha schlecht gespielt hätte und jetzt überhaupt keine Möglichkeiten hatte. Aber immer, wenn es nach vorne ging, war dieser Florian Kastenmeier da. Ja, wie hat er nach dem Spiel gesagt? Er hatte unter der Woche Feuerwerk im Darm und jetzt Feuerwerk in den Händen. Ein fantastisches Zitat, ja. Auch wenn sich mir der Zusammenhang nicht so ganz erschließt irgendwie, wie das eine zum anderen führte. Aber naja. Naja, also einen Zusammenhang gibt es sicherlich nicht. Er hatte einen Magen-Darm-Effekt unter der Woche. Deshalb stand übrigens kurz zur Debatte, dass Robert Quasigroch im Tor stehen könnte in Berlin. Das wäre auch eine Geschichte geworden. Das wäre die Geschichte gewesen. Somit saß er auf der Bank und Florian Kastenmeier eben wieder im Tor. Und ja, der hat dann Bären starken Tag erwischt. Das war schon nicht so schlecht. Und im Gegensatz dazu hat Hertha halt einen extrem gebrauchten Tag erwischt. Und ich finde, du hast das Wort Einordnung gerade schon gesagt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig jetzt bei dieser blau-weißen Bestandsaufnahme, dass man die Schwächen benennen muss, die zu dieser Niederlage geführt haben, aber nicht in so eine Weltuntergangsstimmung, in so eine Generalabrechnung fallen darf. Weil nur weil man jetzt einmal verloren hat gegen den Tabellenführer, gegen die stärkste Defensive der Liga, ist ja nicht alles schlecht. Genau, es waren zwei Gegentore nach Standards, was natürlich irgendwie ein Thema ist, was immer wieder aufploppt bei Hertha BSC und was wir nicht so richtig loswerden hier. Wie hat Diego Demme gesagt, als wir gefragt haben, woran liegt es denn, meinte er, wenn wir das wüssten, würden wir es abstellen. Dann würde ich es euch auch sagen. Es ist schon das vierte Standard-Gegentor in dieser Liga-Saison. Ja, aber wenn man jetzt mal diese beiden Gegentore nimmt und darüber hinaus blickt, bis zum 0-2 gab es eigentlich keine weitere richtige große Düsseldorfer Chance. Danach natürlich so ein paar noch, als Hertha aufgemacht hat. Aber bis dahin gab es keine wirkliche Gelegenheit und man muss festhalten, dass Düsseldorf auch einfach brutal effektiv war und alles irgendwie rausgeholt hat. Gerade beim 0-1, das war absolut der erste Torschuss, die erste Aktion irgendwie in Herthas Angriffsdrittel. In einer Phase, wo man eigentlich das Gefühl hatte, dass Hertha ganz gut das Spiel macht und auch irgendwie ganz gut zu Lösungen kommt, hat Düsseldorf zugeschlagen. Und das war auch so vom Timing her immer zu einem Moment, wo es irgendwie sofort eine Wirkung entfaltet hat. Und man hat nach beiden Gegentreffern gemerkt, dass es echte Wirkungstreffer waren, dass man sich erstmal sammeln musste. Moment mal, was ist hier eigentlich gerade passiert? Also das muss schon irgendwie alles eingeordnet werden. Ich finde, man kann es so zusammenfassen, dass Düsseldorf Hertha die eigenen Defizite gnadenlos aufgezeigt hat. Was aber eben nicht heißt, dass Hertha mit diesem Spiel einen Rückschritt gemacht hat. Also ich finde, die Ansätze, die wir in den letzten Wochen besprochen haben, die hat man auch jetzt wieder gesehen. Gerade so dieses in Kaiserslautern zum ersten Mal erprobt etwas wilde Systeme im Mittelfeld mit Michael Cuisance plötzlich als Außen und dann wieder doch nicht. Auch das war jetzt wieder zu sehen und das hat gut funktioniert. Auch mit John Joe Kenny, der immer wieder nach vorne gegangen ist, die Wege gemacht hat, die Flanken gegeben hat. Das heißt, da ist ja durchaus was gewachsen. Und das fällt jetzt nicht in sich zusammen, nur weil man einmal verloren hat. Und das muss jetzt so ein Learning sein, was Mannschaften in der Vergangenheit nicht so hatten. Da war es ganz oft so, Niederlage bist ja alles Katastrophe. Funktioniert nicht. Müssen nochmal komplett neu aufbauen und alles neu anfangen. Und ich glaube, das ist jetzt eben nicht der Fall. Das Thema Flanken, Inga, ist ein gutes Stichwort, weil ich habe eine phänomenale Statistik gefunden. Hau raus. Hertha BSC hat gestern 19 Flanken geschlagen. Rate, wie viele angekommen sind. Eine? Null. Oh shit. Es sind tatsächlich 0% angekommene Flanken gewesen bei 19 Flanken, was ja schon eine ganze Menge ist. Zum Vergleich, Düsseldorf hat acht Flanken geschlagen, 50% sind angekommen. Das ist also irgendwie Effektivität. An John Joe Kenny lag es nicht. Ja, nee, aber es zeigt so ein bisschen, dass auch Lukas Schuler, ganz unglückliches Spiel hing, brutal in der Luft. Und ja, man hatte irgendwie auf eine Weiterentwicklung gehofft, dass er besser ins Angriffsspiel eingebunden wird. Und Hertha schlägt 19 Flanken und nicht eine einzige kommt irgendwie beim Mann an. Bei ihm hatte ich ja dann aber auch so ein bisschen das Problem, dass das Stellungsspiel immer so leicht daneben war. Also die Flanke kam und er stand immer entweder mit dem Rücken zum Ball oder zu nah am Gegner oder gerade in der falschen Bewegung quasi weg vom Ball. Also das war alles nicht so ideal abgestimmt. Genau, das gehört ja auch dazu. Es gehört eine gute Flanke, aber auch eine gute Bewegung vom Schirmer dazu. Und es hat irgendwie an beiden Enden dieses Kontinuums gehakt. Ja, und genau da kann man dann eben zusammenfassen, dass es ein gebrauchter Tag ist. Den hat Lukas Schuler erwischt, den hat Hertha BSC erwischt und den hat leider auch Linus Gechter erwischt. Da kommen wir dann gleich zu, weil ich finde, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Du verlierst deinen Innenverteidiger nach einer halben Stunde. Das hat auch einen ordentlichen Schlag vor das Bucke gegeben. Ja, und ich glaube auch nicht nur die Tatsache, dass der Innenverteidiger verletzt, ausgewechselt werden muss, ist das eine, aber die Art und Weise mit dieser langen Behandlungspause. Wir haben es ja von oben aus dem Stadion gesehen, wie die Sanitäter wirklich irgendwie kreativ werden mussten, um ihn überhaupt auf diese Liege zu bekommen. Und ich glaube, das geht nicht spurlos an dir vorbei. Das ist ja völlig klar. Und dann mit dieser Behandlung, mit Hinter-Sicht-Schutz im Stadion, ich weiß jetzt nicht, wie viel die Mannschaft davon auf dem Platz wirklich mitbekommen hat, aber das waren natürlich schon Szenen, die irgendwie einen Einfluss haben. Du wirfst immer einen Seitenblick rüber. Ja, klar, das merkst du. Lass uns kurz zusammenfassen, was passiert ist. 28. Minute, ein Luft-Zweikampf, beziehungsweise eigentlich war es kein Zweikampf, sondern ein Luft-Zusammenprall von Linus Gechter und Deo Seeflug, die beide gegen den Düsseldorfer verteidigen wollen. Sie stoßen in der Luft zusammen, Gechter geht zu Boden, bleibt minutenlang liegen, muss behandelt werden, hält sich sofort die Schulter. Am Montag folgte dann die Diagnose. Es ist eine schwere Schulterverletzung. Er wurde schon am Montagmorgen operiert. Die BILD meldet, es ist eine Schlüsselbeinfraktur und die Ausfallzeit bis zu zwölf Wochen. Also drei Monate erst mal ohne Linus Gechter. Du hast es gerade gesagt, es war auf dem Platz, hat es ewig gedauert. Dann hat es nachher an der Seitenlinie nochmal oder auf der blauen Bahn nochmal ewig gedauert, bis man ihn transportfähig hatte. Ich konnte da jetzt nur mutmaßen und anhand, was habe ich zu den Kollegen in der Mixtzone gesagt, anhand meines 28-Staffel-Studiums Grace Anatomy, konnte ich nur vermuten, dass es vielleicht auch daran lag, dass man nicht sicher war, wie man ihn jetzt stabil auf diese Trage bekommt, um ihn vom Platz zu tragen und wie man ihn dann stabil auch auf die Krankenwagenbare quasi kriegt. Weil das Problem ja ist, wenn du so eine Schlüsselbeinfraktur hast, sie wussten ja auch zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz genau, was es ist, besteht immer die Gefahr des Verschiebens und dann machst es alles eigentlich noch schlimmer. Und deshalb ist es ja, wenn du nicht genau weißt, wie schlimm die Verletzung wirklich ist, machst du alles, damit es stabil ist, damit nichts irgendwie schlimmer wird. Und das nimmt dann halt so seine Zeit in Anspruch. Da ist echt nicht mitzuspaßen mit den Geschichten in diesem Bereich. Du weißt ja auch nicht, ob nicht vielleicht doch noch irgendwie der Nacken betroffen ist oder sowas. Genau, ja, also da ist jede Minute Sorgfalt geboten und auf jeden Fall natürlich völlig richtiges Handeln von den Sanitätern da vor Ort. Ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht leicht ist, wenn 50.000 Leute irgendwie auf die Spielfortsetzung warten, aber da muss man Ruhe bewahren und ich glaube, da können wir froh sein, dass die das so gemeistert haben. An dieser Stelle auch von uns gute Besserung, an Linus Gechter. Und besonders schön in dieser dann doch sehr unschönen Situation war, dass er, als er dann vom Platz und dann auch aus dem Stadion gebracht, direkt ins Krankenhaus, Applaus von beiden Fanlagern, also von allen 50.000 Zuschauern bekommen hat. Das war auch nochmal so ein gutes Zeichen. Genau, auch die Düsseldorfer sehr aufmerksam. Er wurde ja da am Marathon-Tor raus transportiert und direkt bei den Düsseldorfern vorher. Und die waren da sehr sorgsam. Kompliment, das Fairplay. Diese Verletzung wirft natürlich jetzt ein großes Fragezeichen auf, beziehungsweise lässt eine Baustelle zurückkehren, die man eigentlich dachte, schon längst geschlossen zu haben und zwar eigentlich schon zweimal. Besonders bitter ist es eigentlich auch für Linus Gechter, weil er sich gerade seinen Stammplatz erarbeitet hatte, durch eine wirklich starke Vorbereitung erst an der Seite von Marc Kempf. Jetzt ist er eigentlich sogar der Stabilere in der Innenverteidigung, neben Marathon Dardai. Und ich habe mal nachgeschaut. Nach so vielen Monaten der Rückschläge und Verletzungen war er endlich mal stabil. Man hatte wirklich das Gefühl, okay, jetzt ist er da. Jetzt kann er alles endlich abrufen, die Qualität sein können. Laut Transfermarkt hat Linus Gechter seit September 2021 insgesamt 171 Tage gefehlt. Dabei 44 Spiele verpasst für Hertha, für Braunschweig, da war er ausgeliehen eine Saison und für den DFB in den U-Mannschaften. Und das aus elf verschiedenen Gründen. Das waren vor allem Infekte, das war dann aber auch mal ein Muskelfaserriss im Oberschenkel, aber wirklich vorrangig Infekte, hatte auch Corona zwischendurch. Und dann gab es irgendwann eine Mandel-OP, weil man da den Herd dieser Infektionen ausgemacht hatte. Also wirklich echt keine schöne Verletzungshistorie. Ja, und dass der Junge mit dieser Geschichte jetzt da ist, wo er schon ist, das zeigt erstmal einmal mehr, was er für eine Qualität hat. Es gibt unzählige Talente, glaube ich, die an so einer Verletzungsgeschichte schon längst zugrunde gegangen wären. Ja, aber es ist natürlich umso bitterer jetzt, dass es immer weiter geht, weil er wirklich da war, weil er wirklich ein stabiler Stammspieler in einer tollen Mannschaft der zweiten Liga geworden ist. Da musst du erstmal hinkommen. Und wir haben es auch gestern gehört von Daniel Thun bei der Pressekonferenz, der wirklich nochmal gesagt hat, Linus Gechter ist ein richtig toller Junge, richtig guter Spieler. Und wenn so der Trainer des Tabellenführers der zweiten Liga über dich redet, dann weißt du, dass du eine Menge richtig machst. Und ja, irgendwie hat er aber das Pech an sich kleben. Es geht immer weiter. Ich glaube, dass es auch nochmal schwieriger ist, mit so vielen kleinen Unterbrechungen eine Stabilität aufzubauen, als wenn du, sag ich mal, einmal eine etwas schwierige Sprunggelenkverletzung oder so hast und vier Monate raus bist. Als wenn du immer wieder mal ein paar Tage und dann wieder nicht und dann wieder nicht, weil du einfach nicht diese Zuverlässigkeit ausstrahlen kannst, die du vielleicht ausstrahlen willst. Ja, jetzt sind es bis zu drei Monate, die er fehlen wird. Mal schauen, wie sich der Heilungsverlauf so gibt. Das Problem ist, dass die Verletzung von Linus Gechter nicht die einzige Hiobsbotschaft im defensiven Verbund bei Hertha BSC war. Denn in der Länderspielpause hatte sich schon John Anthony Brooks verletzt. Die Bilder waren wirklich nicht schön. Ein verdrehtes Sprunggelenk sah nicht natürlich aus, sagen wir so. Nein, wirklich nicht, nein. Und auch er wird mehrere Wochen fehlen. Er hatte gerade erst ein, zwei, drei Trainingseinheiten für Hertha gemacht, nachdem er ja in einem Endspurt der Transferperiode gekommen war. Und jetzt ist er dann auch schon wieder erstmal raus. Christian Fjell hat vor dem Düsseldorf-Spiel auf der Pressekonferenz gesagt, dass er noch mit ihm gesprochen hatte und er sich auch deutlich besser angehört hatte, als an den Tagen nach der Verletzung direkt, was natürlich auch nachvollziehbar ist, weil es war einfach ein schwerer Schlag. Du kommst nach Berlin, du kehrst zurück zu deinem Heimatverein und hast jetzt irgendwie Bock, nochmal so richtig durchzustarten. Und dann, ja, kannst du da jetzt mal warten. Katastrophales Timing. John Brooks wurde ja gefeiert wie der große Heilsbringer, als er hier ankam, um mal Kämpf zu ersetzen. Und wir haben es ja auch hier gesagt in der letzten Podcast-Folge vor der Länderspielpause, das macht brutal Sinn irgendwie einfach. Und jetzt ist all das natürlich zerstört durch diese Verletzungen wieder, zumal die Geschichte mit Gächter jetzt dazukommt und auf einmal so ein Riesenloch in der Innenverteidigung klaffen. Und das Kuriose ist, ich habe im Trainingslager eine Geschichte gemacht mit bei Hertha tobt ein Konkurrenzkampf Deluxe. Da hattest du nämlich plötzlich zig Anwärter auf diese beiden Positionen in der Innenverteidigung und wusstest gar nicht, wen du eigentlich aufstellen sollst. Du hattest Marc Kempf, du hattest Linus Gächter, du hattest Toni Leisner, du hattest Martin Dardai und Pascal Clemens. Ja, jetzt ist Marc Kempf gewechselt. Dann hatte man sich gedacht, okay, da ist ein Loch, das stopfen wir mit Brooks. Brooks verletzt sich, dann hast du den Ersatz Martin Dardai, dann verletzt sich der andere angestammte Innenverteidiger für längere Zeit Linus Gächter. Jetzt hast du Martin Dardai, der, wie ich finde, auch gegen Düsseldorf keine so glückliche Figur gemacht hat, auch noch so auf der Suche nach seiner Form ist. Du hast Toni Leisner, der dann ja auch reingekommen ist, aber ich finde, auch bei ihm sieht man, die Fjellsche-Spielidee entspricht nicht so ganz seinem Tempo. Die Rückkehr des Papabärs ist es so ein bisschen. Ich freue mich immer, wenn Toni Leisner irgendwie auf dem Platz steht. Das gibt so ein bisschen ein gutes Gefühl der Routine und der etatmäßige Kapitän. Er hat natürlich auch gestern direkt wieder die Binde übernommen. Aber ja, man hat natürlich auch bei ihm gesehen, das ist ja, Spielidee ist das eine, aber auch Wettkampfhärte. So ein Thema, er hat vor dem 0 zu 2 den ersten Kopfball verloren bei dem Freistoß. Das sind solche Sachen, wenn du richtig in der Saison drin bist, in einem Spiel drin bist, kannst du solche Duelle vielleicht gewinnen. Und ja gut, er hatte einen Offensivkopfball nochmal nach einer Ecke, vielleicht eine Chance, wo er aufgetaucht ist. Aber irgendwie muss er sich jetzt im Training diese Wettkampfhärte holen. Und das wird spannend zu beobachten sein, ob das gelingt. Man muss aber auch herausheben, Christian Fjell hat ihm diese Kapitänsrolle vor der Saison gegeben, obwohl er wahrscheinlich wusste, dass er nicht die erste Wahl wird. Und also muss er schon auch irgendwie ein Vertrauen in die Person Toni Leisner haben, dass er bereit ist, der Mannschaft irgendwas liefern zu können, irgendwas geben zu können. Sei es neben dem Platz in der Kabine als Kapitän, wenn er auf der Bank sitzt. Aber er muss schon auch noch daran geglaubt haben, dass auf dem Platz da irgendwas ist. Und das werden wir jetzt sehen in der kommenden Woche. Ja, ich glaube, wir lehnen uns nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, dass er die wahrscheinliche Option für diesen zweiten Innenverteidigungsplatz ist. Es gibt zwar noch Pascal Clemens, der ist vielseitig einsetzbar. Darüber haben wir ja auch schon etliche Male gesprochen. Und Christian Fjell sieht ihn eigentlich auch eher als Innenverteidiger als als Sechser. Aber ihm fehlt halt auch noch so diese Routine, die es braucht. Und er hatte auch viele Probleme in der Vorbereitung. Er war verletzt. Er hat große Teile des Trainingslagers, eigentlich gar keine Teile des Trainingslagers, wirklich mitgemacht. Das heißt, du brauchst jetzt eigentlich jemanden, der auch wirklich weiß, worauf es ankommt in der zweiten Liga. Und sich da noch wieder einen neuen, ich sage mal in Anführungszeichen, Kinderriegel reinzubauen, das bringt zu viele Unwägbarkeiten mit, die du nicht haben darfst, um oben mitzuspielen. Ja, und Clemens hat sich ja auch in den letzten Wochen irgendwie etabliert in dieser Joker-Rolle. Er kam häufig für Diego Demmel, der gerackert hat oder immer rackert wie ein Wilder. Und dann kam immer Pascal Clemens, um in der Schlussphase diese Rolle vor der Abwehr auszuüben. Und wenn du ihn jetzt in die Innenverteidigung ziehst, hast du da auch wieder irgendwie eine Vakanz auf einmal. Deswegen, ja, ich glaube auch, es wird auf Toni Leisner hinauslaufen. Und schauen wir mal, was der alte Mann macht. Wichtig ist, dass das Personal in dieser Reihe gesund und fit bleibt in dieser Woche. Keine weiteren Hiobsbotschaften, damit in Nürnberg am Samstag dann auch eine schlagkräftige Innenverteidigung dabei ist. Das ist ja schon fast, da sind wir ja schon fast bei der blau-weißen Zukunft, unserem dritten Punkt dieser Folge. Aber bevor wir auf dieses Spiel kommen, gab es noch andere Nachrichten. Und zwar zum Thema Präsidiumswahl im November. Am 17. wird gewählt und die Kandidaten sind bekannt. Wenig überraschend ist Fabian Drescher dabei. Das wussten wir schon, er hat auf der MV erklärt, dass er kandidieren würde. Uwe Dinnenbier ist dabei, Geschäftsleitung der Dinnenbier Autohäuser. Auch dieser Name war schon im Vorfeld gespielt worden. Wolfgang Sitka, Ex-Hertaner. Die Älteren unter euch werden ihn noch kennen. Neun Jahre, ne? Also da ist auch eine Menge blau-weiße DNA dabei. Stepan Timoschin, er ist jünger als wir beide und hat sein Geld mit Sneakern gemacht. Das Unternehmen hat er mittlerweile verkauft. Ist also quasi so ein Selfmade-Millionär und dann doch ein der etwas jüngerer Vertreter. Und Olaf Brand, wie meine erste Recherche ergeben hat, mit Vorsicht zu genießen. Viele von euch haben auch schon bei Twitter einiges geteilt. Und da wird man sicherlich noch ein bisschen was drüber lesen. Das mal nur so am Rande. Vizepräsidentin Stepan Timoschin. Anne Noske, bereits im Präsidium dabei. Man munkelt, dass sie quasi die Vizepräsidentschaft bei Fabian Drescher übernehmen würde. Marvin Brumme, der schon damals als Bernstein gegen Steffel kandidiert hat, dabei war. Ferhat Dogro und Marco Pantelic. Viele Namen jetzt, die hier gespielt werden. Irgendwie offenes Feld, finde ich. Paldada ist nicht dabei. Paldada ist nicht dabei. Das ist vielleicht die erste Erkenntnis, um es mal… Und die gute Nachricht für alle, die bei Hertha Bistie arbeiten. Es ist spannend, was passieren wird in den nächsten Wochen. Es ist noch nicht so richtig klar ersichtlich, finde ich, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Natürlich ist auf der Präsidentenposition Fabian Drescher schon irgendwie der logische Kandidat, der das Amt jetzt inne hat und es fortführen könnte. Aber ich habe es ja bei der letzten MV auch vor Ort erlebt, so richtig vom Hocker reißen tut er die Leute halt auch nicht. Und es wird öffentliche Vorstellungsrunden geben. Die Kandidaten werden jetzt mit zunehmender Zeit immer mehr in den Medien auftauchen. Es wird eine Infoveranstaltung geben am 16. Oktober um 18 Uhr im Cineplex Neukölln für Mitglieder, die sich dann schon mal informieren können. Es gibt diese Steckbriefe auf der Homepage, wo jeder Kandidat auch ein bisschen erzählt hat, wie er sich den Weg mit Hertha Bistie vorstellt. Und es gibt übrigens noch 18 weitere Bewerbungen für einfache Präsidiumsmitglieder, da wir hier aber nicht ewig Zeit haben. Werden wir die jetzt nicht in epischer Länge ausführen. Da wir hier keine Hertha-Mitgliederversammlung gehen, die acht Stunden dauern kann. Ja, nimm dir schon mal nichts vor am 17. November. Also das wird wieder ein Event, da wird eine Menge passieren und da wird viel Sitzfleisch für alle Anwesenden erforderlich sein. Was alle Kandidaten vereint, ist, dass sie den Berliner Weg herausgestellt haben. Ich glaube, das ist auch das einzige Thema in diesem Wahlkampf, mit dem man die Mitglieder überzeugen kann, weil das eben das Vermächtnis von Kai Bernstein ist und die Sorge sowieso groß ist, dass dieser Weg wieder verlassen wird, wenn jetzt jemand anderes in diese wichtigste Position des Vereins kommt. Und da ist allen bewusst, wir kriegen die Mitglieder nur, wenn wir diesen Weg weitergehen. Aber das ist ja genau der Punkt, alle stellen ihn heraus. Wie willst du das jetzt im Wahlkampf? Also es wird wieder viel um die Interpretation dieses Berliner Weges gehen. Was heißt das eigentlich? Wer kann das glaubwürdig vertreten? Wem trauen die Mitglieder das am meisten zu, das umzusetzen? Da sind noch viele offene Fragen, glaube ich. Es ist leicht gesagt, ich bin ein Unterstützer des Berliner Weges, aber wie man das dann eigentlich mit Leben füllen will, das ist die große Frage, auf die es dann, glaube ich, am Ende ankommt. Da bin ich bei dir. Wir werden das in den nächsten Wochen weiter verfolgen und ihr werdet sicherlich das eine oder andere von diesen Kandidaten hören und lesen. Marco Pantelitsch, übrigens am Wochenende Geburtstag gehabt, der ja natürlich auch immer aufgeführt wird als Hertha-Legende über die Social-Media-Kanäle des Vereins. Und der hat natürlich eine gewisse Präsenz. Ich bin mal gespannt, ob er wirklich den Weg schafft ins Präsidium. Ich bin vor allem gespannt, ob sich bei diesen Kandidaten so ein paar Lager auftun, wie es ja eben damals, als Bernstein gewählt wurde, auch war. Da war ja auch ganz klar, Fabian Drescher hat sich direkt zu Bernstein geschoben und gesagt, ich werde Vizepräsident, wenn Herr Bernstein gewählt wird. Ob sich solche Verbünde, also Bündnisse vielleicht auch auftun, um dann auch gemeinsam die Leute zu überzeugen. Weil so ist es ja dann tatsächlich noch ein bisschen Stückwerk. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das, keine Ahnung, das ist jetzt schwierig zu sagen, aber dass jetzt Stepan Timoschin Präsident wird und Marco Pantel, der Vizepräsident. Es ist halt eine wilde Kombination, die so gar nicht zueinander passt. Und ich glaube, darauf kommt es ja auch an, dass du im Präsidium eine stimmige Gruppe hast, die nichtsdestotrotz auch differenziert und vielleicht auch nicht immer einer Meinung ist, aber nichtsdestotrotz weiß, dass es nur um den Verein geht. Also ich finde, es ist alles noch sehr schwer zu greifen. Genau, völlig offenes Feld, aufregende Zeit steht uns bevor. Es werden viele Koalitionen geschmiedet, es werden Wahlkämpfe geführt. Das gibt es nicht nur in der Politik, sondern auch im Fußball. Und da werden wir die nächsten Wochen und Monaten jetzt eine Menge von mitbekommen. Vereinspolitik. Genau. Als wir unsere letzte Folge aufgenommen haben, hatten wir das schon am Sonntag getan und zwar wenige Stunden vor der Pokalauslosung. Die hat ein Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim ergeben. Ich bin mir sicher, das ist euch da draußen auch nicht entgangen. Das ist ja dann doch jetzt schon ein paar Tage her. Terminiert ist dieses Spiel für den 30. Oktober um 18 Uhr. Erstmal super, wieder ein Heimspiel. Heimspiel gut, ein bisschen attraktiverer Gegner wäre vielleicht schön gewesen. Du, wir waren bis vor diesem Spieltag Tabellenführer. Aber natürlich hat Heidenheim als Verein nicht so eine Strahlkraft, wie vielleicht die traditionsreiche andere Bundesligisten oder auch große Zweitligisten HSV Schalke Köln. Aber du hast vielleicht eine Chance. Genau. Ich habe ja gesagt, Heimspiel gegen Bundesligisten wäre schön. Jetzt ist letztendlich genau das gekommen. Natürlich ist Heidenheim ein unglaublich ekelhafter Gegner. Erinnern wir uns alle an die zweite Runde letztes Jahr gegen den FSV Mainz 05. Auch da dachten wir so, uh, unschön. Die waren Tabellenletzter. Es war alles schön am Ende. Es war alles schön. Mal gucken, ich glaube damals irgendwie 29.000 Zuschauer im Stadion. Das war eine wirklich traurige Kulisse, oder? Ja, genau. Und Heidenheim zieht halt auch nicht so richtig, wird wenig Leute mitbringen. Aber hey, du hast eine Chance, glaube ich. Das kann man festhalten. Und es ist, ich habe mal nachgeschaut, es gibt ein schönes Sandwich am Wochenende vorher auswärts in Karlsruhe, die ja richtig gut in Schuss sind gerade. Danach zu Hause gegen Köln. Also irgendwie eine knackige Woche für Hertha BSC. Ein heißer Herbst erwartet den blau-weißen Hauptschutz. Da ist doch schon die Überschrift. Mensch. Aber, und das gehört ja auch irgendwie zur Wahrheit, letztes Jahr, diese Zeit war dann auch die Gesamtlage nicht so rosig. Man war nicht so einverstanden mit dem sportlichen Abschneiden. Das führt dann vielleicht auch dazu, dass man nicht unbedingt an einem Mittwoch- oder Freitag-, Dienstagabend ins Stadion geht und sagt, jetzt lassen wir uns auch noch ein Spiel gegen den Bundesligisten an. Bis dahin kann ja noch wieder einiges passieren in der Liga und die Gesamtlage ist in der Situation rosiger. Und auch bei Heidelheim kann auch eine Menge passieren. Das stimmt. Jetzt haben sie auch das erste Mal verloren am Wochenende. Wer weiß, wo das so hingeht, wenn die jetzt erst mal anfangen, in der Conference League zu spielen. Ich glaube, da geht was. Schauen wir mal. Genau. Das ist ja auch nicht ohne. Die Dreifachbelastung für einen Verein, der irgendwie gerade jetzt aus der zweiten Liga hochgekommen ist. Naja, schauen wir. Wir werden noch ausreichend über dieses Spiel sprechen. Lass uns erst mal auf das nächste Spiel gucken. Und das ist am Sonntag, nee, am Sonnabend, am 21. September um 13 Uhr beim 1. FC Nürnberg. Es ist die Rückkehr des Christian F. an seine alte Wirkungsstätte und mit dem Ganzen dann auch eine, ja, etwas neu aufgekommene Rivalität. Ja, da war also rund um den Abgang irgendwie vieles los im Sommer. Nicht alles so ganz, nicht alles so ganz happy, nicht alles so ganz sauber. Ich glaube, Nürnberg war man vor allem wegen des Eiertanzes, nennen wir ihn mal so, des Trainers ein bisschen unzufrieden. Bleibt er, bleibt er nicht. Dann gab es irgendwann ein Statement vom Klubboss aus Nürnberg, der gesagt hat, wir planen die nächste Saison mit Christian Fjell. Und kurz Zeit später hieß es, er geht zu Hertha BSC. Ich glaube, das war einfach eine insgesamt unglückliche Kommunikation von allen Seiten. Und das führte eben dazu, dass die Fans nicht die allergrößten Fans von Christian Fjell dann im Endeffekt waren. Das hat man übrigens auch im Trainingslager gesehen, denn kurioserweise weilte der 1. FC Nürnberg ja im genau selben Örtchen wie Hertha BSC in Weichsee. So klein ist die Trainingslagerwelt am Ende doch, ne? Christian Fjell wäre also auf jeden Fall zum Weichsee gegangen. Und da hat man den Unmut der Fans schon gespürt. Ich hatte auch ein paar mit im Hotel. Das Mannschaftshotel von Nürnberg war direkt gegenüber von meinem Hotel. Jeden Morgen so schön die Spieler an mir vorbei radeln sehen. Und Miro Klose. Miro Klose natürlich auch. Der hatte häufig seinen Fahrradhelm nicht richtig zu. Keine gute Vorbildfunktion. Ja, aber die Fans so auch in meinem Hotel, als man dann so mitbekommen hatte, ah, Hertha ist auch angereist, da war das Thema schon jeden Morgen beim Frühstück, die blau-weiße Welt. Und man hat sich mit Vorliebe über Lars Windhorst und die Millionen und den Big City Club lustig gemacht. Also es war immer eine große Freude morgens beim Frühstück. Und da hat man schon gemerkt, dass der Stachel saß noch tief. Und es waren auch gefühlt, ich glaube, ein Nürnberg-Fan war man beim Hertha-Training. Was natürlich auch sein kann, dass es parallel angesetzt war. Und Nürnberg ist auch eher abgereist als Hertha. Also das war ein bisschen verschoben. Aber da war nicht alles so rosig, wie man sich das vielleicht vorher vorgestellt hat. Ja, und es steckt jetzt ja auch sportlich in dem Duell eine Menge drin. Gefühlt ist Nürnberg ja irgendwie nicht so richtig gut gestartet. Ich habe sie ja auch hoch eingeschätzt mit Miro Klose. Die sind genauso gut gestartet wie Hertha. Genau, das ist letztendlich nämlich der Faktor, wenn man auf die Tabelle guckt. Am Ende stehen auch sieben Punkte jetzt da. Zwei Siege, zwei Niederlagen, ein Regie. Und das Spiel ist schon irgendwie richtungsweisend, wenn man jetzt mal gucken will, wo es hingeht denn. Platz elf, weil zehn Gegentore, also doch noch ein paar mehr als Hertha. Zwei mehr. Und Miro Slav Klose mit seiner ersten Station als Trainer im deutschen Profifußball. Ich glaube, wir haben hier bei der Saisonprognose darüber gesprochen, dass ich ihm nicht so wahnsinnig viel zugetraut habe. Da hast du mich sehr vorungsvoll angeguckt. Für mich stehen sie eigentlich da, wo ich sie ja auch am Ende so ein bisschen vermuten würde, eben im Mittelfeld. Aber sie haben jetzt auch am Wochenende gegen Ulm gezeigt, dass sie da sein können, wenn sie wollen. Ich glaube, 90 plus. Du hast es vorhin noch nachgeguckt. Plus acht war es, glaube ich. Eine rote Karte noch hinten dran. Also da ist auch eine Menge los. Spektakel kann in Nürnberg auch. Zwei Einsieg ganz knapp. Mal gucken, ob das wieder so ein Highlight-Spiel wird. Ja, das Gute ist, Christian Fjell weiß, wie es in Nürnberg so ist. Er weiß, worauf sich die Mannschaft einstellen muss. Besser geht es doch gar nicht. Blicken wir einfach positiv auf dieses Wochenende. Schauen wir mal, ob Trainer Fuchs Miro Klose ihn vielleicht überraschen können. Das wird ja spannend. Blicken wir positiv auf dieses Wochenende und du darfst mir jetzt sagen, wie es ausgeht. 2-0 Hertha. Oh, das hast du dir aber vorher schon überlegt, oder? Nee, das ist jetzt gerade wirklich ohne Witz ein spontanes Gefühl. Das war das spontane Gefühl, was ich hatte, als ich Schalke bei der Saisonprognose auf die Eins gesetzt habe. Wir werden noch viel Spaß haben mit dieser Saisonprognose. Wenn wir sie das erste Mal wieder rausholen. 2-0 Hertha. Ich glaube dran, die Mannschaft hat gezeigt, Mentalität kann mit Rückschlägen umgehen. Das war jetzt so ein Rückschlag. Die Innenverteidigung hat jetzt eine Woche Zeit, sich einzustellen. Und Christian Fjell wird, glaube ich, derjenige sein, der am allerheißesten ist von der ganzen Hertha-Welt. Und ich glaube, es wird ihm eine ganze Menge daran liegen, die Mannschaft richtig einzustellen, richtig scharf zu machen auf dieses Spiel. Und dann 2-0 Hertha. Luca Schuler, Yondago Torstein-Sohn. In der Startelf. Hier habt ihr es zuerst gehört. Nee, als Torschützen. Ach so, ja, aber Torstein-Sohn auch in der Startelf. Auch in der Startelf mit Sicherheit, ja. Das ist ja auch so ein Thema irgendwie, ist wieder reingekommen, wieder irgendwie einen ganz guten Eindruck gemacht. Jetzt die erste volle Trainingswoche. Und was wir bei all diesem, was wir jetzt besprochen haben, nicht vergessen dürfen, ist, dass Kevin Sessa sein Comeback gefeiert hat. Nicht sein Comeback, sein Debüt sogar. Ja, Debüt für Hertha. Ich finde, man hat schon gesehen, er braucht noch einige Zeit. Mal gucken, auch spannende Personalie jetzt, auch eine ganze Woche jetzt Zeit im Mannschaftstraining. Schauen wir mal, ob er vielleicht in die Startelf rückt in Nürnberg. Wir werden sehen. Ich glaube, vielleicht noch ein bisschen früh, aber ich fand es spannend, dass er trotzdem schon eine halbe Stunde lang gespielt hat gegen Düsseldorf, weil Christian Pferd auf der PK vorher noch so ein bisschen vorsichtig war. Aber gut, das noch am Rande. Ich sage 1-1 und die Prognose, dass Christian Pferd am Ende keine Stimme mehr hat. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Das ist eine sichere Sache. Wir hören uns am 23. September wieder. Da werden wir das Ganze dann besprechen. Nils, dir vielen Dank. Euch da draußen ebenfalls vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und immer schön mitdiskutieren unter unserem YouTube-Video. Und ja, wir wünschen euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Das Wetter soll wieder besser werden als die letzten Tage. Also genießt nochmal den Spätsommer beziehungsweise Frühherbst und bis nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Das war die Woche. Vielen Dank.